Alle haben etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wie Familie, Freunde, wie Werte oder Heimat. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Aber was tust du, wenn die Welt sich gegen dich wehrt? Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit. Richterin Maya Byrd hat den Vorsitz im Verfahren das Volk des Staates New York gegen Elfrey Holland. Die Anklage lautet, versucht er Großdiebstahl. Sie plädieren? Nicht schuldig, euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Also, bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben. So, Freunde, willkommen zu Forspoken. Total untergegangen. Heute aufs Theme geguckt. 2023 im Januar kam schon noch ein PC raus. Also, wie ich das übersehen konnte. Ich freue mich, es zu zocken. Macht bestimmt Spaß. Das linke Dokument lesen. Diploma. Abschlusszeugnis Hudson Pier High School. Das habe ich lange nicht gesehen. Gar nicht so ein schlechtes Abschlusszeugnis, oder? Okay. Auszug aus Vorstrafenregister. Einfacher Diebstahl. Schwerer Diebstahl. Hausfriedensbruch. Das ist natürlich nicht so schön zu sehen. Neu Gebäude ist am Holland Tunnel gefunden. Toll, so in alten Zeiten zu schwelgen. Sie wurde gefunden. Ausgesetzt. Schwerer Diebstahl? Soll das Ihr Weg sein? Nein, aber das Geld war für... Vergessen Sie es. Irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Ja, da hat sie gar nicht so unrecht, ne? Aber... Das ist eine arme Seele, glaube ich. Wir spielen eine arme Seele. Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. Zwei Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei drei. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller... Potenzial? Ich... Ich könnte so viel mehr erreichen. Ich... Ich habe mein ganzes Leben vor mir. Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Hand aufs Herz. Aber... Weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es. Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. Danke. Sie werden es nicht bereuen. Wenn wir uns je wiedersehen. Bin ich nicht so milde. Kapiert? Gut. Kannst gehen. Richterin mit Herz und sie hat sie so geduzt, als wäre sie die Mutter, oder? In God we trust. Okay. Frey? Einen Moment. Alles Gute im Voraus. Es ist nicht zu spät, dein Talent, um Wohle anderer zu nutzen. Die Richterin hat erkannt, dass sie eine soziale Ader hat und das bestimmt nicht gemacht hat. Oh, Kapitel 1 Bindung. Das auf jeden Fall nicht gemacht hat, um jemanden zu schaden, sondern um anderen zu helfen. Wahrscheinlich wieder falscher Freundeskreis, man kennt es. Das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. So viel Glück hat man nur einmal. Ja, äh, frohe Weihnachten. Ey, das passt ja richtig so zu unserer Jahreszeit jetzt, oder? Geil ist das denn? Ach, Homer, unsere Katze. Aufgabenliste im Notizbuch. Eine neue Aufgabe wurde hinzugefügt im Menü. Unter Notizbuch findest du eine Liste deiner aktuellen Aufgaben. Werfe einen Blick darauf. Machen wir das doch mal. Was steht denn da? Kapitel 1. An dem, was die Richterin gesagt hat, war zwar was dran, aber ich kann nicht einfach ändern, wer ich bin. Und wenn ich noch einmal gestoppt werde, ist mein Leben vorbei. Deshalb muss ich auch schleunigst aus der Stadt verschwinden. So. Kehren, ein ganz normaler Tag. Kehren in deine Wohnung zurück. Machen wir doch. Ich muss schleunigst nach Hause. Und gut, wir haben eine Wegeangabe, sonst wüsste ich gar nicht, wo ich hin soll. Ja, ja, ja. Oh, das sieht so... Ey, warte, Freunde, ey, das... Da kommen gerade Weihnachts-Vibes hoch. Guckt euch das an. Das sieht geil aus, wenn man hier so lang läuft. Oh. Richtig nice. Schön gemacht. Schönes Game, echt. Gefällt mir jetzt schon. Oh, ey, die Lichter. Oh, da freut man sich schon mehr auf Weihnachten. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir links haben, wir weitergelaufen wären? Dann hätte es wahrscheinlich irgendwann gesagt, wir müssen in die Wohnung. Oh. Ey, ich will weiterlaufen. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, sick. Dachtest, wir finden dich nicht. Hey, oh. Äh. Lisa. Lisa? Echt? Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy. Tja, ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Wo ist das? Ich hab's nicht, okay? Es gab Komplikationen. Ich hab nicht vor, beim Autoklauen erwischt zu werden, aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen. Du bewegst dich oft glatt aus. Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Bring die Karre wieder. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Gigan, ist wirklich übel drauf. Mr. Gigan? Okay. Sonst geht's, einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Hm. Echt witzig. Okay, das war jetzt nicht mehr so lustig. Der Boss hat sich in der reisiften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Niemand. Okay. Okay, du sagst dem Boss, Mr. Chicken. Gigan. 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 Ich sag ihm, ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau, ich schließe ihm was vor. Ich wollte gerade sagen, die wird es doch drauf haben, oder? Natürlich hat es die drauf. Ich spiele doch keine Verliererin. Sie wird mit Siegelstein. Sie wird mit Siegelstein. Juhu. Ein bisschen Tatsachen ist auch drin. So, ein wenig Assassin's Creed. So, jetzt muss man uns aber schleudig verpissen, oder? Flucht vor den Mitgliedern der Gang. Wenn du nicht stell genug bist, wird die Gang dich einholen. Mit Shift. Kannst du rennen und mit Space springen. Nutze diese Fähigkeit, um einen Verfolger abzustellen. Na, dann komm, Baby. Zack. Ja, er ist der Zaun gemeistert. Los, komm, weiter. Jetzt gibt's kein Zurück. Ja, dich da. Ey, was machst du denn da? Oh, das war mal... Ah, okay. Das hat auch so geschafft. Oh, shit. Ich hab's eilig. Tut mir echt leid. Das war kein guter Move. Ich muss echt einen Ausweg finden. Zack. Hier können wir uns gar nicht verstecken. Wo zum Geier stehst du, Fray? Weglaufen ist zweglos, hörst du? Vielleicht nehm ich besser die Gasse. Oh, ja. Okay, super. Hätte uns noch Räuberleiter gemacht. Vielen Dank, vielen Dank. Oh, jetzt hau ab da. Lauf. Oh, kletter doch. Ey, da mal, Mädel. Macht sie denn da? Ey, wir brauchen nur noch einen Container und dann hoch. Ey, was hat sie sich denn jetzt hier eine abgekaspert eben? Bin fast da. Oh, sprinten sollst du. Sprinten. Oh. Mann, 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 ey. Habt ihr das am Zaun gesehen, wie sie über den Container gekaspert ist? Das lag aber nicht an mir. Ich stand da im Container. Sie hätten nur nach oben springen müssen. Ja, alles klar. Ja, ich bin tot. Alles klar. Ja, ja. Verpisst euch. Wir haben keine Zeit für euch. Ich muss mal eine Katze füttern. Homer hat Hunger. Ich glaube, es geht los, ey. Unglaublich. Homer wartet bestimmt schon. Ich sollte rein, bevor mir was abfriert. Zwar nett gemacht, aber wenn man sich überlegt, so rein von der Logik her, die wissen natürlich nicht, wo ich wohne, ne, weil ich bin ja mit niemandem von denen befreundet und so. Wer weiß, wer weiß. Ey. Na, ist das wieder so ein Spiel, wo sie die Versteuerung ein bisschen verkaspert haben oder müssen wir mal abwarten? Also das da oben auf dem Container mit, ich kletter nicht hoch, weil ich hab keinen Bock, das war ein bisschen komisch. Geh mal rein. Oh, äh. Erst mal eine andere Art von Tapete. Ach nee. Alles klar, es dient nur zur Abdeckung. Ich dachte, ihr hättet nicht tapeziert. Okay, ist dann, wenn man reinguckt, von draußen dunkel? Okay, wenigstens schönes Licht. Aber, äh, man wird ja trotzdem sehen, dass da ein Fenster ist. Hier wohnt sie ja also. Spielsystem. Das Archiv. Im Archiv findest du sämtlichen Lesestoff, äh, auf den du unterwegs stößt und viele nützliche Informationen, zum Beispiel für die Menschen, denen du begegnest. Du kannst im Hauptmenü darauf zugreifen. Oh, schön. Das find ich klasse. Gucken wir mal. Das sind die Charaktere. Ah, okay. Frey. Okay, was haben wir denn? Eine Bewohnerin von Hell's Kitchen, deren 21 Geburtstag kurz bevor steht. Sie wurde als Baby am Eingang von Holland Tunnels ausgesetzt und in folgenden Jahren von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergereicht. Nach ihrer Highschool-Abschluss wollte sie sich ein Leben in der Stadt aufbauen. Obwohl sie seitdem schon mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, ist sie doch fest erschlossen, irgendwo einen Neuanfang zu wagen. Ich glaub das auch. Die hat einen guten Charakter. Ja, also, wem haben wir denn noch? Ach, die Richterin. Die langmütige Richterin aus New York, die den Vorsatz bei Freys letzter Verhandlung hatte. Obwohl sie Frey mit aller Härte hätte bestrafen können, belies sie es bei Sozialstunden. Diese überraschend milde Entscheidung könnte darauf fußen, dass Richterin Bird selbst nicht immer auf der richtigen Seite des Gesetzes gestanden hatte. Sie weiß besser als die meisten, dass jeder in der Lage ist, ein neues Leben anzufangen. Also, ich hätte auch gedacht, hätte auch ihre Mutter sein können. Sie hätte sich auch für einmal geduzt. So. Ach, hier. Und die Anführerin. Die Anführerin einer Straßengänge in New York. Sie arbeitete für einen wichtigen Gangsterboss, der sie und ihrer Partner anwies, Frey zu finden. Nachdem die Polizei ein Auto beschlagnahmt hatte, dass Frey für die Gang stehlen sollte. Lisa vertritt die Ansicht, dass jeder für seine Fehler büßen muss. Vor allem, wenn sonst sie dafür büßen müsste. Ah, feiger Move. So. Chrissy Robinson, ein wichtiges Mitglied einer New Yorker Straßengang. Lisa hatte sie in der Gang geholt. Diese war schon seit ihrer Kindheit wie eine Schwester für sie. Wann immer Chrissy gezwungen ist, mit Frey zusammenzuarbeiten, treibt sie deren Unvermögen, sich an Anweisung zu halten, in dem Wahnsinn. Insbesondere, da Freys misslungener Autodiebstahl sie nun alle in Schwierigkeiten gebracht hat. Okay. Alles klar. Ja, andere Charaktere. Gibt's noch andere? Nee. Andere haben wir nicht. Super. 22. Dezember. Also zwei Tage vor Heiligabend. Finde Homer. Wie findet man eine Katzen? Mit Katzenfutter, oder? Na ja. Soll ja auch kein Gourmet sein, oder? Sondern ein bisschen, ein bisschen sättigen. Ich würde einfach mal mit, mit... Na ja, okay, wenn sie es nicht isst, dann kannst du damit auch nicht locken, wahrscheinlich. Ja, toll, aber ey. Warum füllst du da nicht den Napfer auf? Was ist denn da los? Was finde ich hier aber... Oh. Literatur. Alice im Wunderland. Sie will die jetzt wohl nicht nur lesen, oder? Da müssen wir mal einen Schluck Tee dazu nehmen. Verquerer und verquerer, rief Alice. Wünschte, ich könnte durch den Kaninchen bei uns Wunderland abhauen. Oh, das passiert bestimmt, oder? Holland-Tunnel. Das muss auch schlimm sein, ne? Dass man weiß, man wurde ausgesetzt und hat dann auch Fotos von. Wo meine Eltern sich verdünnisiert haben. Hm. Kann echt froh sein, dass sie überlebt hat. Kannst dein Baby an der Straße liegen? Ja. Das ist nicht so schön, das stimmt. Oh man. Wenigstens war es nicht der Queen's Midtown Tunnel. Das wäre ein beschissener Nachname. Ach, ja. Schuhkarton. Neuer Eintrag. Naja. Oh, schicke Schuhe. Die Farbkombination ist ganz geil. Meine treuen Treter. So, hübsche Treterchen. Ja, die sehen ganz nice aus. Die seiner Schuhe. Die seiner Mutter. Ach, nee. Hat hier keine. Naja. Och Mann. Die Arme. Hoffentlich kommen wir aus dem Elend hier raus. Tasche packen und weg, oder? Alter, ist da überall Geld. Ist das fetter Geld? Äh, ui. Endlich gar nicht neu anfangen. Wird auch höchste Zeit. Alter, wie viel hat die denn gesammelt? Da können sie ja sogar noch die Gang mit bestechen und dann abhauen. Heftig, heftig. Fluchtplan. Genau. Get enough cash. Sammeln genug Geld. Take care and shit. One last time. Letzte Chance. So, was haben wir hier noch? Coolen Carrier. For Homer. Genau. Bei Ticket. Ah, alles klar. Und dann. Ja, toller Fluchtplan. Ja, aber warum nicht, ne? So. Sonst da irgendwas Schönes hier? Ne, aber... Auch das hat irgendwie wieder was. Ach, das ist ja Homer. Hey, Homer. Sorry, ich weiß, ich bin spät dran. Na, einsam? Aber Homer hat gar keinen Wassernapf. Tja, danke. Aber mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt fast vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Ach, tja, weißt du... Ich war schwer beschäftigt. Dafür, dass Homer die nicht mag, haut's aber ganz schön rein, oder? Oh ja. Ja. Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen. Nie mehr Cops. Nie mehr kämpfen. Morgen. Morgen früh, dann hauen wir von hier ab. Aber es ist echt cool, ne? Ihr Charakter, sie ist halt auch fertig und traurig und will einfach nur weg. Und das zeigt auch nur, weil man kriminell war oder mal kleinkriminell war, muss das nicht heißen, dass man ein schlechter Mensch ist. Eine Scheiß-Situation, in irgendein Mist reingeraten, falscher Freundeskreis. Und, naja, ich will nix, äh, nix kleinkriminelles in Schutz nehmen, aber, ähm, der Charakter ist sehr gut dargestellt. Hat viele Facetten. Ich hoffe nur, dass wir ja wirklich aus dem Elend hier rauskommen. Also, das wäre ja ein Traum. Oh, ich... Das hört sich auch nach Feuer an, als wenn's brennt, oder? Ach du Scheiße. Shit! Oh. Oh. Wo könnte ein Homer sein? Ist sie hier, irgendwie? Ah, alles klar. Mensch, Kätzchen, komm her. Ist zwar schön warm, aber nicht mehr lange. Dann würdest du mich heiß. Oh, jetzt ist das Geld auch verbrannt. Fuck, die Tasche. Ab durchs Fenster. Hast du... Okay. Ah, 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 ah. Die hat ja so einen komischen Ausgang hier. Alter, das ist echt übel, oder? Wir haben dich. Aber ich hab ja gesagt, die wissen bestimmt, wo sie wohnt. Ich hätt mir das nicht anders vorstellen können. Alter, wie viel Kohle da verbrannt ist, ey. Alter, die hat ihr ganzes Geld, was sie mühsam erspart hat, erklaut hat, ähm, verbrannt und weg und äh, alter und friert jetzt da. Ja, oh Mann ey, die Arme. So. Dann müssen wir stark sein, um den Charakter von der Frau noch zu stärken, damit sie in Freiheit und, äh, Gesundheit rauskommt und ein vernünftiges Leben hat. Wir werden alles geben, um diese Frau zu befreien. Das ist, auch wenn sie jetzt die Hoffnung ein bisschen verliert, aber es geht auch wieder nach vorne. Ah, die Richterin. Was ist passiert? Du siehst ja aus. Sind sie allergisch? Was? Katzen. Haben sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber... Bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter, das Fasrik, mit Stückchen. Sie hat's gern warm zum Schlafen. Manchmal will sie auch auf den Schoß. Und sie muss baden, aber viel Glück dabei. Frey, was ist passiert? Ihr Name ist Homer. Bitte kümmern Sie sich um sie. Bitte! Bitte! Danke. Was tust du da, Frey? Das Richtige. Ich brauch Zeit, um... ein paar Dinge zu regeln. Danach hol ich sie ab. Vielleicht... dauert's ne Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey. Frohe Weihnachten. Ja, sie vertraut natürlich keinem Menschen mehr. Ich würde natürlich jetzt auch so als Außenstehender sagen... Komm, erzähl dir doch, was passiert ist. Aber... Sie nimmt die Dinge halt selbst in die Hand, ne? Das... Kann man verstehen, wenn man so oft im Leben enttäuscht wurde. 25. Dezember schlagt Mitternacht. Ah, toll. Sie gratuliert sich selber zum Geburtstag. Sehr traurig. Ah, sie ist im Holland-Tunnel. Nein, ich krieg das hin. Ich hol Homer ab und... verschwinde aus. Alter, der muss doch arschkalt sein, oder? So... so kalt. Oh. Okay, jetzt kommen die Kräfte. Sehr gut, sehr gut. Oder wollte uns da jemand einen Weg weisen? Okay. 29 Meter. Wie sollen wir da runterkommen? Achso. Ja, hier ist ja eine Leiter. Okay. Das sollten wir hinbekommen, oder? Ohne runterzufallen. Ich dachte nämlich erst, sie wollte sich da das Leben nehmen. Und... gerade am ersten Weihnachtstag. Aber es geschehen auf Weihnachtswunder. Im Grunde genommen ist das ja hier eine große Weihnachtsgeschichte gerade, die wir hier erleben. Gar nicht so schlecht. Mal schön nach unten. So. Jetzt werde ich beinahe wieder hochgeklettert. Okay, das hat funktioniert. Ich dachte, ich breche mir schon wieder die Beine. Schönes Teil. Wow. Nope. So komme ich leider nicht rein. Ich will es woanders suchen. Ach, das war doch wieder klar. Es ist immer wieder dasselbe. Da komme ich nicht rein und da will ich nicht hoch und... Aber okay, so ist es halt. Sonst bräuchte man ja kein Game. Dann gehen wir schön nach oben hier. Wow. Wir sind echt sportlich unterwegs. Die Luft ist definitiv rein. Mann, oh Mann. Das lassen die einfach hier? Nee, zivilisiert. Sie benutzt die Treppe. Oh Mann. Wow. Sieht schon so antik und magisch aus, oder? Oh. Das hat aber eine Strahlkraft. Yo, Freunde. Kapitel 1 Bindung. Neuer Archiveintrag. Wir haben es geschafft. Deinen Fortschritt speichern. Aber absolut. Auf jeden Fall. So, welchen nehmen wir denn mal? Platz 2 oder Platz 1? Wir bleiben bei Platz 1. Lehrer Speicherstand. Spiel gespeichert. Wir spielen es erstmal auf leicht. Hat den Hintergrund, dass wir natürlich die Story wissen wollen. Deswegen finde ich das ganz gut. Spielstand gespeichert. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo oder ein Like da. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Wir warten jetzt mal kurz ab, ob Kapitel 2 kommt. Oder ob es jetzt mit Kapitel 1 so ein bisschen weiter geht. Dann würde ich noch weitermachen. Ja, okay. Das gucken wir uns jetzt nochmal an, würde ich sagen. Oh, das ist sehr antik. Alter, ist das geil, ey. Endlich blauer Himmel, so wie sie es haben wollte. Und das Tor geht bestimmt zu, oder? Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja. Ja, ist festgewachsen, das Ganze. Das war ein bisschen vorausschauend mit dem Tor, aber okay. Oh. Brace-Abenteuer in den Kaninchenbau. Verlasse den Raum. Das ist jetzt immer noch Kapitel 1, oder? Aber sie läuft nicht, also. Immer wenn man nicht laufen kann, nutzt der Hersteller das so ein bisschen für die Ladung im Hintergrund. Wie viele Minuten haben wir denn? Ach, 29 Minuten, okay. Das ist doch noch eine gute Zeit. Ich sage mal, zwischen 30 und 40 Minuten kann man ja immer aufnehmen. Aber länger sollten die Folgen auch nicht sein. Boah. Wow. Hier, die Borgen haben so ein bisschen schon was hinter sich. Ein bisschen was von der Tommy Karp mit den sprechenden Handschuh. Du bist ja doch schlauer, als du aussiehst. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Du, der, der gerade mit mir spricht, bist dieser... Reif? Reif? Wie banal und fantasielos das klingt. Reif. Pff. Armberge vielleicht. Hm. Armberge. Armberge. Ja, Armberge ist perfekt. Nee, nee, nee. Das wird mir jetzt echt zu bekloppt. Aber es ist wahr. Ach, du tust mir weh. Au. Echt jetzt? Nein. Aber was du da tust, ist völlig zwecklos. Was? Geht hier ab? Na, was hast du denn gemacht, bevor es hier abging? Ich war... Ist auch egal. So, Freunde. Kapitel 2 gestrandet fängt an. Bin noch hier. Und wir werden jetzt an dieser Stelle erst mal Schluss machen. Das ist echt nicht witzig. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lass mal die beiden hier nochmal ein bisschen streiten. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Kapitel 2 kann losgehen. Wie wär's, wenn wir uns erst mal beruhigen und uns einander vorstellen? Wir könnten zum Beispiel über unsere Hobbys plaudern. Ich höre keine Stimme. Das muss ein Albtraum sein. Genau, weil das jetzt ein Albtraum ist, muss ich die Folge beenden. Jetzt ist aber Ruhe hier. Herr Karten, jetzt geht's nicht weiter. Wir spielen dann nachher weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.